Hast du ein Problem damit, dich auszuziehen? Wie, jetzt? Hast du ein Problem, nackt mit einem Affen zu tanzen und es wäre viel Körperkontakt dabei? Wäre da auch sexuelle Handlungen? Na mein Schatz, ich bin schon wieder da. Hey, Hase! Ich mein, das ist doch eine super Rolle für eine junge, talentierte Schauspielerin. Ja, aber du bist ein großer hässlicher Typ. Ich hab im Theater schon tausendmal eine Frau gespielt, kapiert? Du willst doch da nicht als Frau hingehen. Dann ist das ne Wolle. Hallo. Scheiße, scheiße. Hallo? Haben Sie mal vorher? Tut mir leid, nein. Du, mich hat gerade der Führer angemacht. Ich bin dabei. Du und Sarah Forst, ihr seid jetzt das Hauptbar. Darf ich vorstellen? Das ist Alexandra Honk. Also ich vertrete ihn. Sie? Action! Stell dir einfach so eine richtig schöne Männerbrust vor. Runter mit die Klamotten, Süßi. Bitte. Ich bin total kitzelig. Und äh... Ich bin so froh, dass wir uns angefreundet haben. Das ist eine Rose. Boah. Jetzt wird gefeiert! Sexy and I know it. 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 Sag jetzt nicht, dass du dich verkleid hast. Eventuell schon. Es ist so schade, dass du kein Mann bist. Es wäre der perfekte Moment. Mond, Sterne, hemmungsloser Sex. Was? Ja, schade. Alex, du hast auch keine Ahnung von Frauen. Hab ich wohl. Wo ist zum Beispiel der G-Punkt? Oben. Du hast deine Rose vergessen. Ich war letztes Jahr Platz 17 bei den Sexiest Woman Alive. Mann, ihr reduziert den Frau komplett auf ihren Körper. Ja? Ja.